Einen wundersch... Oh, falsches Intro. Moment. Ja, Newsflash. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind hier mit einem überraschenderweise neuen Newsflash. Wir haben vier einzelne Nachrichten, alle zu verschiedenen Gebieten. Oder sagen wir mal fünf Nachrichten. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende gehabt und habt es noch nach wie vor. ProBall heute Abend. Kann man gucken, muss man nicht. Ich würde extra, oder ich würde nicht extra dafür planen an eurer Stelle, wenn ich ehrlich bin. Alright, die einzigen noch offenen Head-Coaching-Spots sind jetzt ein bisschen das Thema dieser ersten Nachricht. Wir haben ganz viele Posten, die schon vergeben sind. Zum Beispiel die Bears, Vikings, Giants. Jacksonville hat jetzt Doug Peterson. Wem gibt es noch, der einen neuen Coach hat? Ich vergesse irgendwie. Denver hat einen neuen Coach. Es kann sein, dass es sogar alle sind. Oder, wie ich mich kenne, vergesse ich jetzt genau einen. Falls ja, dann sorry. Auf jeden Fall gibt es noch drei Teams, die momentan keinen Head-Coach haben. Und langsam ist es schon so ein bisschen eine Phase, wo man denkt, Also der Senior Ball ist jetzt zum Beispiel schon gewesen. Es ist eigentlich ein bisschen merkwürdig, dass da manche Teams noch keinen Head-Coach haben. Beziehungsweise es hilft halt nicht wirklich weiter. Denn ja, du kannst halt in den Gesprächen vorher immer schon ein bisschen reden, von wem ja, in welche Richtung würde das gehen und so. Aber du willst ja mit jemandem nicht komplett deine Pläne besprechen, der dann eventuell nicht mal ein Head-Coach wird. Und dementsprechend sollte man jetzt langsam wirklich einen Head-Coach kriegen, damit man nicht zu weit zurückfällt hinter alle anderen. Im ganzen Draft-Prozess, im ganzen Free-Agency-Prozess und so weiter. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass in der nächsten Woche alle drei Posten gefüllt werden. Bei meinem Glück wurde vielleicht jetzt schon einer vor dem Video gefüllt. Wir haben die Dolphins, die momentan noch auf der Suche sind. Und es scheint sich auf zwei Finalisten jetzt zugespitzt zu haben. Das eine ist Mike McDaniel, den hatte ich als meinen kleinen Geheimfavoriten in dem Video, wo ich Head-Coaching-Kandidaten vorgestellt habe. Da haben viele noch gesagt, nee, der ist zu jung, zu unerfahren. Und ich hätte ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dass er dieses Jahr eine Chance kriegt. Aber jetzt ist er scheinbar Finalist bei den Dolphins. Zusammen mit Kellen Moore, dem Offensive Coordinator von den Cowboys. Und wer sich jetzt fragt, woher weiß man, wer ein Finalist ist und so weiter. Das sind in der Regel die, die für ein zweites Interview reinkommen. Oder wenn halt Insider sagen, von wem, oh ja, der ist ein Finalist. Dann kann man denen meistens auch vertrauen. Sowohl Mike McDaniel als auch Kellen Moore, beide sehr, sehr junge Typen. Beide sehr offensive-minded. Also ist das scheinbar die Richtung, in die die Dolphins gehen wollen. Die Texans haben auch noch keinen. Da sieht es momentan aus, als wäre es Jonathan Gannon, der kommt. Eagles, wenn ich jetzt nicht ein komplettes Brain-Lag habe. Und dann Josh McCown. Das sind die beiden, die da Favoriten sind. Und das sind beides jetzt Leute, wo ich sage, ich weiß nicht, in welche Richtung das geht. Denn das sind jetzt keine gestandenen Namen. Das sind keine von den absoluten Favoriten, die neu hochkommen. Sondern das eine ist halt Josh McCown. Der hat halt nicht mal Coaching-Erfahrung, richtig. Seidem man ziert die ganzen Jahre als Backup-Quarterback, als so Halb-Coach, was auch immer. Und Jonathan Gannon war jetzt, wie gesagt, den hatte ich halt auch nicht mal in dem Head-Coach-Video. Den hätte ich vermutlich nicht mal drin gehabt, wenn ich noch fünf, sechs Leute mehr genommen hätte. Also ein bisschen merkwürdig, was die Texans da machen. Aber manchmal sind so unbeschriebene Blätter ja dann auf einmal absolute Wunderkinder. Zum Beispiel Sean McVay. Okay, wir haben die Saints, die als drittes und letztes Team noch einen Head-Coach suchen. Da sieht es sogar beinahe aus, als wäre das so eine interne oder halbinterne Sache. Ich denke, Dennis Allen wird den Job kriegen. Der war schon bei den Saints, war Defensive Coordinator. Und ich nehme an, der wird einfach quasi befördert innerhalb der Saints. Dann könnte es noch Aaron Glenn sein. Der war letztes Jahr der Defensive Coordinator von den Lions. Ist da mitgekommen mit Dan Campbell, der ja auch kam. Entschuldigung, von den Saints. Und es könnte quasi sein, dass die Aaron Glenn zurückhaben wollen. Und Eric Biennemi ist da wohl auch noch im Gespräch. Also das sind die drei Kandidaten da. Und wer sich jetzt die ganzen Listen angeguckt hat oder auch jetzt heute die Favoriten merkt, vielleicht ist da was dran an dem Ding von Brian Flores. Aber da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Könnt mich gerne wissen lassen, was eurer Meinung nach die Coaches werden von den drei Teams. Also von Dolphins, Texans und Saints. Der Senior Bowl wurde gespielt. Ich habe es gerade eben angeschnitten in der Nachricht über die Head-Coaches. Das heißt, die Trainingswoche ist vorbei, das Spiel ist vorbei. In der Trainingswoche haben auch alle anderen Coaches, also jetzt nicht nur die, die die beiden Teams coachen, zum Beispiel jetzt in dem ja Jets und Lions Coaches, sondern wie gesagt auch alle anderen Coaches die Chance, Interviews zu setten und mit einzelnen Spielern zu reden, beim Training zuzugucken und so weiter und so fort. Von manchen Teams sind richtig Head-Coaches da oder GMs oder was auch immer. Andere Leute schicken nur Scouts hin. Es gibt auch noch andere Spiele, die mehr oder weniger das Gleiche sind wie der Senior Bowl. Der, oh, heißt das Shrine Bowl? Das ist das, ich glaube es ist das East-West Shrine Game. Das war zum Beispiel ein paar Tage vorher. Das geht so in die ähnliche Richtung. Das heißt, die battlen sich jetzt immer, wer die Top Prospects kriegt. Aber der Senior Bowl ist noch das Größte davon auf jeden Fall. Ein paar Sachen sind so rausgekommen, ein paar Gerüchte von wegen, welches Team findet wen ganz cool und so weiter. Aber muss man halt auch immer glauben, wem man, oder man muss immer entscheiden, was man davon glaubt. Denn viel ist davon halt auch einfach nur Rauch, kein Feuer. Das National Team hat das American Team besiegt. Das sind mehr oder weniger Zufallteams. Das National Team war gecoacht von den Jets und das American Team war gecoacht von den Lions. Das Kenny Pickett, Desmond Ritter und Nevada Strong waren die Quarterbacks von dem National Team. Und vom American Team war es Bailey Zappi, Malik Willis und Sam Howell. Nur mal so als kurzer Überblick. Insgesamt würde ich sagen, im Spiel, ich habe die zweite Hälfte geguckt. Die erste Hälfte habe ich nicht geguckt, da war ich nicht hier, weil wir eine Throwing-Session hatten von den Adlern. Und die zweite Hälfte hat mir gefallen. Aber ich würde auch sagen, die Defense war auf beiden Seiten besser als die Offense. Nur noch mal kurz eine Nachricht. Ich mache das ab und zu in Newsflashes, dass nicht alle Nachrichten Nachrichten sind. Aaron Rodgers hat sich Property gekauft, also Grundbesitz sozusagen, in Nashville. Ich weiß nach wie vor nicht genau, ob es ein Gebäude ist, also ein Haus quasi, oder ob es nur ein freies Stück Land ist, auf dem er vorhat, was zu bauen. Aber natürlich waren dann wieder die Schlagzeilen groß und von wie, uh, Aaron Rodgers eventuell als Nachfolger von Tannehill zu den Titans. Die Titans haben ein fertiges Team, war ein Nummer-eins-Team in der AFC. Vielleicht will er da an, vielleicht will er sich jetzt einen Ring holen. Die Titans haben schon gesagt, nope, nein. So, es leben auch andere Spieler in Nashville, die woanders spielen. So, ich weiß, Jaren Ramsey hat zum Beispiel ein Haus in Nashville und geht da, glaube ich, auch in der Offseason immer zurück. Und da gibt es, wie gesagt, da gibt es mehrere Spieler. Und laut vielen Insidern, also jetzt nicht nur Football-Insidern, sondern generell laut vielen Amis, sage ich es mal einfach so, ist Nashville wohl auch eine sehr schöne Stadt, die gerade zurzeit sehr am Boomen ist. Das heißt, viele, viele wollen da hin und so weiter. Passiert ab und an mal mit irgendwelchen amerikanischen Städten, dass die auf einmal so extrem hochschießen und extrem hip sind und auf einmal dann ziehen da alle hin. In Texas war es auch, was ist San Antonio oder sowas vor ein paar Jahren? Es ist egal, auf jeden Fall gibt es sowas immer mal wieder. Und jetzt zurzeit scheint es Nashville zu sein und deswegen hat Aaron Rodgers sich da wohl Besitz gekauft. Wie gesagt, es haben schon Leute gesagt, nope, das hat damit nichts zu tun. Die Titans selber haben gesagt, wir wollen Aaron Rodgers nicht holen, um Tannehill zu ersetzen. Also ja, es ist immer interessant und ihr merkt, wir nähern uns der Offseason. Das heißt, so kleine Sachen sind dann auf einmal größere Storys, als sie in der Saison wären. Aber nicht alles ist eine Story. Die NFL, die Giants und die Broncos haben sich alle zu der Anklage geäußert von Brian Flores, in denen er quasi diesen Teams rassistische Headcoaching-Anheuerungspraktiken unterstellt. Auf das Wort Praktiken bin ich letztens nicht gekommen, wo ich Praxen sagen wollte. Aber ja, ihr wisst ja jetzt, was ich meine. Die NFL hat erst gesagt, naja, das stimmt nicht. Die Giants haben gesagt, nein, das stimmt nicht. Die Broncos haben gesagt, nein, das stimmt nicht. Es ist logisch, dass so ein Statement kommt. Was sollen die ansonsten sagen von wegen, wir haben jetzt gemerkt, es war vielleicht doch loki rassistisch von uns und eventuell sollten wir das nicht mehr machen. Nein, natürlich nicht. Die müssen ja sagen, ja, wir sind professionell, wir machen das natürlich nicht. Wir haben das alles bedacht. Bill Belichick spricht nicht für uns. Scheinbar hatte er eine Vermutung, von uns kam nichts. Oder selbst wenn, dann haben wir nur gesagt, wir fanden Brian Dable gut, ohne dass wir jetzt sagen, wir verpflichten ihn auf jeden Fall sowas. Und die Broncos haben wie gesagt, wir haben Interviews mit ihm geführt und es tut uns leid, dass er das Gefühl hat, es wäre nicht real gewesen, sondern nur Alibi für die Rooney Rule. Aber Rooney Rule ist super dumm zu sprechen. Für mich damals würde ich betrunken sein oder so. Für die Rooney Rule. Aber auch solchen Statements kann man nicht wirklich glauben. Das ist alles Business Talk, das ist alles Corporate. Da kann man nichts mit anfangen. Es muss kommen, es kam. Bisher hat sich quasi noch nichts Überraschendes getan. Das Einzige, was ich wirklich ansatzweise gut fand, aus Gründen, auf die ich gleich noch zu sprechen komme, ist, dass die NFL und Roger Goodell in Vertretung, der NFL, ein Schreiben an alle Teams rausgegeben hat, einen offenen Brief, also die, ihr könntet den auch lesen, wenn ihr wollt, wo drin steht, ey, so wir versuchen schon alles zu machen, aber guckt euch mal bitte an, wer jetzt neue Headcoaching-Posten gekriegt hat. Das ist halt wieder alle weiß. So, und das ist halt genau das, wo wir gegen vorgehen wollen. Und manchmal lese ich Argumente auch in Kommentaren und so auf Twitter, womit man sehr vorsichtig sein muss. Ich verstehe die Logik dahinter, aber man muss trotzdem vorsichtig mit sein. Denn manche Leute sagen, ja, okay, das sind aber nur 32 und es gibt ja schon doch deutlich mehr Weiße als andere Leute in den USA. Deswegen redet man ja auch von Minderheiten bei den anderen. Deswegen kann es ja sein, dass einfach zufällig alle 32 Weiße sind. Das muss nichts mit Rassismus zu tun haben. Wie gesagt, ich verstehe die Logik, aber man muss einen Schritt weiter denken. Damit habe ich, wie gesagt, auch häufig ein Problem. Ganz häufig, wenn ich irgendwas logisch finde, höre ich in dem Moment einfach aufzudenken. Nicht mal nur in politischer Hinsicht oder was weiß ich, sondern in jeglicher Hinsicht. Irgendwas ist logisch für mich, bumm, dann muss es wohl richtig sein. Manchmal muss man sich überwinden und dann noch ein bisschen weiter hinterdenken. Denn guckt euch mal einfach die letzten Jahre an. Und das ist dann halt nicht ein Snapshot von wegen einer Saison, alles in Weiß. Sondern es ist halt wirklich fast die ganze Zeit durch. Und wir haben sehr, sehr häufig Headcoaching-Kandidaten, wo man nicht wirklich Flaws findet oder nur erzwungene Flaws, also Fehler sozusagen, die über Jahre hinweg keine Chance kriegen, die viel mehr leisten müssen. Und dann auf der anderen Seite haben wir einen Josh McCown, der jetzt auf einmal einfach so eventuell Headcoach wird, ohne irgendwas dafür gemacht zu haben. Ohne ihn jetzt disrespekten zu wollen, aber ich verstehe, was ich meine. Im Vergleich zu anderen Headcoaching-Kandidaten, wie zum Beispiel einem Eric B. Enemy. Aber gut. Und deswegen, ja, irgendwo ergibt es Sinn, die Logik von solchen Leuten, aber nicht wirklich anwendbar in dem Beispiel, finde ich. Und wie gesagt, ich finde es theoretisch gut, dass die NFL dieses Schreiben rausgegeben hat, weil sie es nicht hätte machen müssen. Aber auf der anderen Seite heißt es halt auch wieder gar nichts. Es ist wieder ein bisschen leer von wegen, ey, das sollten wir aber nicht machen. Und dann nächstes Jahr passiert es wieder. Und dann sagen die wieder, oh, das sollten wir nicht machen. Und dann passiert es wieder. Also nur das anzusprechen, reicht irgendwann nicht mehr. So, das war ein wichtiges Thema. Jetzt kommen wir zu einem unwichtigen Thema. Deswegen werde ich da auch versuchen, nicht allzu lange drüber zu reden. Einfach zu ein bisschen auflockern am Ende. Das Washington Football Team ist jetzt nicht mehr das Washington Football Team, sondern hat jetzt den richtigen Namen. Das kam ziemlich genau raus, als ich meinen Newsflash fertig hatte. Ich habe überlegt, ob ich extra dafür nochmal ein Segment aufnehme und ranschneide hinten. Hatte ich keine Lust drauf. Da habe ich gedacht, ey, mache ich einfach den nächsten. Die heißen jetzt Washington Commanders. Den Namen an sich finde ich nicht schlimm. Ich habe kein Problem mit Commanders. Ich verstehe überhaupt nicht, warum die ganze Fanbase sich so auf, was war das, Red Wolves oder so fixiert hatte. Weil so, ja, Wölfe sind cool und alles, aber okay. Und Commanders ergibt halt irgendwo Sinn wegen Washington D.C., weil Hauptstadt und, oh Gott, ist das Pentagon da? Ich glaube, das Pentagon ist da. Dann würde das schon so ansatzweise Sinn ergeben mit Commanders. Sie kommandieren. Ist irgendwo, also ich bin kein Riesenfan von dem Namen. Ich finde Tiere immer am einfachsten, am simpelsten. Und deswegen finde ich das ganz cool. Aber ich finde es auch nicht so schlimm wie andere. Was ich nicht mag, ist das Logo zum Beispiel. Ich weiß, dass es Absicht ist, dass es so einfach ist, dass es Minimalismus sein soll oder Minimalismus ist. Ich finde es langweilig. Ich habe aber auch generell was gegen einfach nur Buchstaben als Logos. In der NFL im College überall. So Chicago tot, Packers tot. Was haben wir noch so für Buchstaben? Und Giants. Ich mag das Team, aber das Logo. Aber das Ding ist, die Giants haben halt wenigstens Tradition. Die können sich hinter dem Grund oder Packers auch Tradition verstecken. Dass sie sagen, ja, an sich ist es kein geiles Logo, aber es ist ikonisch jetzt inzwischen. Weil wir haben das seit 5000 Jahren. Und das kann Washington halt nicht. Die haben ein neues Logo gemacht, hatten sämtliche Freiheiten. Und mit Commanders kann man, glaube ich, auch cooles Zeug machen. Bin ich vielleicht zu unkreativ für, aber es gibt so kreative Leute auf der Welt. Und manchmal finde ich, da müssen Firmen und auch Franchises ein bisschen über ihren Schatten springen. Und zur Not machen die einfach einen Wettbewerb. Wer kann das beste Logo erstellen? So, und dann hat es halt irgendjemand erstellt. Von mir aus ein 21-jähriger Grafikstudentin aus Pennsylvania. Und nicht irgendjemand, der teuer gesigned wurde von Washington. Aber dann ist es halt so. Dann kriegt die da ihr Preisgeld, die ist happy. Man hat ein geiles Logo am Ende und eine coole Story. Statt, dass man sich so hinter diesem ganzen Corporate-Ding versteckt und sagt, oh nee, wir müssen das selber machen wie heuer. Nee, wir gehen an den teuersten, den besten. Ja, keine Ahnung. Ich bin kein großer Fan vom Logo. Das Secondary-Logo, dieses Kreisding, finde ich, sieht aus wie eine Automarke. Habe ich nicht großartig was gegen, aber ist halt auch nicht cool, finde ich. Genau, was noch? Die Jerseys finde ich an sich okay. Siehen ein bisschen aus wie College-Jerseys. Aber ich warte mit sowas jetzt erstmal, seit ich mich sehr geirrt habe bei den Jets. Wo ich erst super gegen die Jerseys war. Ja, aber auf dem Feld sehen die cool aus. Beim schwarzen Jersey verstehe ich das W hier oben auf dem Helm nicht. Das sieht super dumm aus. Das sieht aus, als ob man so einen Punkt malt von wegen, ja, willst du mich stiff arm, zieh mal hier hin. Was ich nun richtig, richtig dumm finde an dem ganzen Ding. Und da habe ich mehrere Football-Team-Fans gesehen, oder Commander-Fans jetzt, wo ich mir wirklich gefacepalmt habe. Unter anderem auch Erik, bevor er jetzt wieder so, äh, er meint Erik, aber er sagt es nicht. Ja, ich meine auch Erik. Leute, die ich super dumm finde, die Argumente, von wegen, oh, das hätte in Richtung Ureinwohner bleiben sollen. Warum? Man will doch mit Absicht davon weg. Das ist doch nicht so, wir haben den ganze Zeit Rosehaut genannt, jetzt dürfen wir nicht mehr, dann nennen wir es halt Ureinwohner. Sondern nein, das ist Quatsch. Das ist immer noch kein Maskottchen, bla bla bla. Und bevor er jetzt ankommt mit Florida State Seminoles, bin ich inzwischen vermutlich auch dafür, dass sie den Namen ändern. Aber das ist nochmal eine andere Sache. Also, das sehe ich nicht ein, wenn ich ehrlich bin. Dann Leute, die sich beschweren, das hat jetzt nichts mehr mit der Franchise zu tun. Nein, dafür hat es deutlich mehr mit Washington zu tun, was an sich cooler ist, finde ich. Ich glaube, ich verlinke auf Twitter jetzt gleich mal. Also, wenn ihr Bock habt, könnt ihr auf mehr Twitter gehen und euch von gestern Nacht einen Tweet angucken. Ein Video, wo es ganz witzig gegenübergestellt ist mit halt wirklichem Nachkommen von Ureinwohnern in den USA, die über den Namen reden und dann Fans von den damals noch Redskins. Die sagen, ich habe meine ganzen Merchandise-Artikel, was soll ich jetzt damit machen? Da merkt man mal, wie dämlich so eine Argumentation ist. Also, ja, ich weiß es nicht. Und ich habe auch wirklich viele Leute gesehen, die jetzt gesagt haben, nee, jetzt reicht es, jetzt bin ich weg von der Franchise. Und auch da denke ich mir, schwerer Standpunkt. Weil wenn man Fan von der Franchise bleibt, nachdem mehrere sexuelle Missbrauchsvorwürfe kommen, nachdem immer noch die gleichen Leute im Vorstand sitzen, ja, ich sage mal, auf der Coaching-Ebene hat sich viel getan und auch auf der GM-Ebene und sowas, ganz gut, oder nicht GM, aber, ähm, was ist denn der? Vorsitzender? Egal, ihr wisst, wen ich meine. Auf der Ebene hat sich einiges getan und das Team ist in eine bessere Richtung unterwegs. Aber wenn man durch die ganzen Skandale da bleibt, die Cheerleader werden hier gefühlt halb prostituiert und sowas, ne? Zwangsprostituiert. Da bleibt man da und sagt, ah, ich bin trotzdem Fan von dem Team. Und dann ändern die ihren Namen zu Commanders und du sagst, oh, naja, also jetzt, das ist eins zu weit. Da müssen wir mal ein bisschen drüber nachdenken. Finde ich, das ist ein ganz schwerer Standpunkt in meinen Augen. Als letztes, wie immer ein riesiges Dankeschön an alle Kanalmitglieder. Wenn ihr Bock drauf habt, Kanalmitglied zu werden, könnt ihr das machen. Unter dem Video irgendwo steht, glaube ich, Mitglied werden, könnt euch die Vorteile alle durchlesen und so weiter. Ähm, Entschuldigung, aber ich sage es nochmal. Ihr könnt nicht erwarten, dass es einen Wert hat. Also, es hat einen Wert, aber, ähm, ihr kriegt nicht ansatzweise so viel dafür, wie wenn ihr mit dem gleichen Geld zum Beispiel ein Netflix-Abo abschließt oder so, ne? Das muss euch bewusst sein. Nicht, dass ihr dann nach ein paar Monaten oder so, sag mal, das lohnt sich ja gar nicht, was ich hier bezahle. Es lohnt sich überhaupt nicht vom Geld. Das heißt, das meiste, was Mitglieder machen, ist eigene Emojis kriegen und sowas. Natürlich, ihr kriegt was schon dafür, aber der größte Punkt ist wirklich, mich zu unterstützen. Also, wenn ihr das nicht wollt, sondern wenn ihr was dafür haben wollt, dann ist das nicht die Option für euch. Wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, dann ist das die Option für euch. Und die, die das im quasi höchsten Level machen, ähm, alle meine Pro-Baller, Shoutout an die. Dope Boden, neuer Typ, neuer Name, cool. TJ Ryan, Josie, Ben Dachgeschoss, Siss, 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 Sarah, Samus Hahn, Kale, Paul Rositzka, Robo, Mattes, Karpau, sein Channel, Kanale gerne Gordon, Sport, Fabian, Marcel, Prinz, Champagne-Ballmeister, Yaseelkunst, Maxim, Hannes, Weiler, Sven, Poluk96, Chris, Stradis, Matthias, Fischer, Joshua, Aikon, Nester, Jan Heier, Stefan Grunder, GGTV, Lukas, Blindic, 91, Steve, Arizona, Max, Ambitious, Marcel, go Falcons, Jonas, Eberlein, Shoutout, Levin, Forst, Jets, Ami, Kanale gerne, Winner2, YankeeTango, Patrick Schneider, Tobias Mangold, Christian Rieckert und It's Pretty Ass. Vielen Dank für euren Support, Jungs. Nach wie vor weiß ich den sehr zu schätzen. Alles klar, das war's mit dem Newsflash heute. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr aber nicht mich freuen, falls ihr ein Like da lasst, wenn ihr neue Seiten nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann, ciao! Outro